So, vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dass wir doch in einer coronamäßigen Anzahl hier erschienen sind, mit ordentlichem Abstand, um unserer Podiumsdiskussion zu folgen. Traditionell haben wir ja diese Podiumsdiskussion zu nicht nur juristischen Themen, sondern auch ein bisschen politischen, rechtspolitischen Themen, so auch heuer. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über Back-to-Normal-Lehren aus der Covid-19-Krise. So heißt das Thema, muss dazu sagen, dieses Thema wurde gewählt im März letzten Jahres und April. Da haben wir geglaubt, wir können das jetzt schon sagen. Allerdings, glaube ich, sind wir da eines Besseren belehrt worden. Trotzdem, glaube ich, ist es ganz gut und es ist sehr interessant, ein bisschen den Status zu erheben und zu diskutieren, wo wir eigentlich stehen. Nicht nur rechtlich, sondern auch ein bisschen politisch. Und ich darf Ihnen ganz kurz meine Podiumsgäste vorstellen. Neben mir, Honorar-Professor Dr. Sigineke Leitner, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs und Rechtsanwältin. Ich sage, wir applaudieren nachher, würde ich sagen, gemeinsam. Dann darf ich sehr herzlich begrüßen den Frau Universitätsprofessorin Dr. Magdalena Pöschl, Universitätsprofessorin der Universität Wien am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht. Herzlich willkommen. Und daneben den Herrn Universitätsprofessor Dr. Walter Dorald vom Institut für Zivilrecht der Universität Graz. Und ganz besonders freue ich mich über den Vorstandsvorsitzenden der AT&S-AG, einer der erfolgreichsten österreichischen Unternehmen, vor allem im internationalen Bereich mit großen Produktionsstätten in China. Herzlich willkommen, Andreas Gerstenmeier. Ja, vielleicht darf ich gleich mal beginnen, weil wir gesagt haben, Status Quo und doch mit einem rechtlichen Thema, nämlich wir haben ja eine VfGH-Entscheidung zum Covid-Maßnahmengesetz bekommen. Die hat doch zu vielerlei Punkten Stellung genommen. Unter anderem hat es ja bestätigt, dass die Entschädigungen, die in diesem Gesetz nicht enthalten waren, sondern im Verhaltenepidemiegesetz, dass das verfassungskonform ist, weil es ja auch allerlei Hilfsleistungen daneben gibt und es ist ja auch drinnen entsprechend beurteilt worden, dass eigentlich die gesetzliche Grundlage für das Verbot der Betretung von bestimmten Arbeitsstätten, Betriebsstätten und sonstigen Orten verfassungskonform ist, aber dann nicht die ausführende Verordnung, die eben dann eigentlich nicht gesagt hat, du darfst nicht bestimmte Orte betreten, sondern du musst zu Hause bleiben, außer wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen oder auch das Thema behandelt hat, das ja auch sehr spannend war und diskutiert wurde sehr intensiv hinsichtlich der Geschäftsräumlichkeiten, wo da gesagt wurde, über 400 Quadratmeter darf man nicht mehr aufmachen, aber Baumärkte auf einmal schon und das hat man sowieso nicht so ganz verstanden und da würde es natürlich einmal sehr interessieren, wenn wir die schon da haben, vielleicht wenn du uns ein bisschen mehr erläutern kannst und Einblicke gibst, was denn da so die Erwägungen waren. Ja, vielen Dank. Vielleicht möchte ich, ich möchte vorausschicken, dass wir am Verfassungsgerichtshof natürlich uns immer nur mit den einzelnen Anträgen, so wie sie zu uns hereinkommen, befassen können. Also wir machen ja keine Generalstellungnahme, wie ist das Gesetz oder wie sind die Verordnungen insgesamt zu behandeln oder zu betrachten, sondern wir haben immer von einem konkreten Antrag auszugehen und in dem Fall waren es lauter Individualanträge, das heißt, da muss die Voraussetzung gegeben sein, dass dieses Gesetz wirksam wird, quasi ohne, also ohne weiteren Schritt unmittelbar wirksam ist, derjenige aktuell betroffen ist von der Rechtslage und da war von uns einmal schon die erste Hürde zu nehmen, dass die Gesetze beziehungsweise Verordnungen teilweise auch im 14-Tage-Rhythmus außer Kraft getreten sind und hier haben wir eine Neuerung entschieden, nämlich dass wir gesagt haben, auch wenn das Gesetz bei unserer Entscheidung bereits außer Kraft getreten ist oder die Verordnung, dass wir das trotzdem noch prüfen, weil wir haben es hier mit den eigentlich stärksten Grundrechtseingriffen eigentlich kann man sagen, seit weiß ich nicht wie viele zig Jahren zu tun, also mir ist überhaupt keine in meiner juristischen Laufbahn erinnerlich eine so starke Grundrechtsbeschränkung, wie wir sie hier erleben und daher wollen wir dazu auch was sagen, wenn solche Individualanträge kommen. Natürlich können wir bei diesen Individualanträgen aber nur punktuell die Bedenken behandeln, die derjenige Antragsteller aufwirft, das heißt wir können jetzt nicht sagen, aber wir haben eigentlich andere Bedenken, die der Antragsteller uns gar nicht vorgelegt hat, wir sind da in diesem sozusagen Verfahrensregime an die Bedenken gebunden, die der uns vorlegt, der bei uns den Antrag stellt und daher muss man dann die Entscheidung auch so verstehen sozusagen, dass sie nicht jetzt alles abdeckt, sondern nur zu den Bedenken, die der Antragsteller uns gestellt hat und die erste Frage war natürlich, kann ein Gesetz wie das Covid-Maßnahmengesetz so unbestimmt sein und einfach sagen, ja durch Verordnung kann es so eine weitreichende Verordnungsermächtigung erlassen und sagen, der Minister soll einfach verordnen, was zu geschehen hat, was alles geschlossen wird etc., soweit es nur erforderlich ist, um die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern und wir sind da den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, zumindest diese Verordnungsermächtigung, was die Betriebsstätten betrifft, war uns quasi ausreichend bestimmt und der Weg, den wir gegangen sind, war aber, dass wir gesagt haben, wenn der Verordnungsgeber, aber der Minister so eine weitreichende Macht bekommt, einschränkende Maßnahmen zu verhängen, dann hat er das eben verhältnismäßig zu tun und dann hat er das auch entsprechend zu dokumentieren. Das heißt, wenn solche Verordnungen erlassen werden, dann muss im Verordnungsakt genau dokumentiert sein, was war die Ausbreitungslage der Krankheit, was hat man befürchtet, warum war genau diese Maßnahme erforderlich etc., damit dann die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme auch überprüft werden kann von uns. Und das war halt nicht gegeben, das war weder bei den 400 Quadratmetern gegeben und das muss man schon sagen, so ein Verordnungsakt, das ist schon, sage ich mal, ein bisschen beeindruckend, wenn man dann sieht, dass in dem Verordnungsakt nur irgendwelche E-Mails drinnen sind, dass die Bundesregierung irgendwas haben will und das jetzt verordnet wird. Und das Tatsachenmaterial, warum glaube ich jetzt, ich muss erst ab 400 Quadratmeter oder ich darf nicht aufsperren, wenn ich größer bin als 400 Quadratmeter etc., dass da überhaupt keine Erwägungen vom Verordnungsgeber quasi ersichtlich sind. Und wir haben halt sozusagen dieses Modell jetzt zurechtgelegt, dass das jedenfalls dokumentiert sein muss, damit man dann im Nachhinein auch sagen kann, war das jetzt übergreifend und war das zu weitgehend oder nicht. Das heißt, es wird jetzt sehr stark auf den Verordnungsgeber ankommen, dass er das so macht, dass man hier auch die Grundrechtseinschränkung und die Angemessenheit der Einschränkung auch prüfen kann. Natürlich muss einem schon klar sein und das ist, deswegen glaube ich, ist es auch, also für uns war es sehr schwer, weil da sehr Einschränkungen sind, die auch in anderen Fällen dann kommen können. Also man muss jetzt nicht immer nur von Covid-19 ausgehen, sondern man kann ja sicher auch andere Situationen vorstellen, wo dann ein Minister ganz gern eine Ausgangssperre verordnen möchte. Das heißt, das muss man ja auch im Hinterkopf haben. Und bei der Frage Betreten bestimmter Orte oder allgemeines Ausgangsverbot haben wir ganz klar gesagt, dass so ein Ausgangsverbot jedenfalls nicht in der Verordnung ginge, sondern dass es dafür ganz klare gesetzliche Grundlagen geben müsste und dass das natürlich nur unter sehr, sehr eingeschränkten Bedingungen überhaupt verfassungsrechtlich vorstellbar ist. Also wenn man dem Minister schon die Macht gibt, das Land zuzusperren mit einer Verordnung, dann muss er schon ein bisschen abwägen zwischen Grundrechtseingriff und öffentlichem Interesse und das auch nachvollziehbar darlegen, sodass es auch über eine Überprüfung standhält. Das ist beruhigend eigentlich. Ja, also ich weiß nicht, ich bin noch nicht beruhigt, ehrlich gesagt, aber es ist halt zumindest eine, man versucht halt durch Verfahren quasi eine Legitimation auch durch Verfahren zu bekommen in einer Situation, wo das Tatsachensubstrat halt so schwierig ist, weil wer von uns kann jetzt wirklich genau sagen, welche Maßnahme jetzt wirklich adäquat und angebracht ist und wir haben auch hineingeschrieben, dass mit zunehmender Dauer dieser Krise der Maßstab jedenfalls strenger wird. Also sozusagen, wenn das jetzt auftritt und in den ersten 14 Tagen kann man da sicher sozusagen großzügiger sein als nach sechs Monaten oder acht Monaten und man muss natürlich schon sagen, dass auch jetzt noch Verordnungen gemacht werden, wo nichts dokumentiert wird, zum Beispiel, das ist mir nicht nachvollziehbar. Also das müsste man jetzt, würde ich meinen, diese Verfahrenslegitimation müsste jetzt schon eingehalten werden, wenn man schon war, okay, das ist jetzt erforderlich, dass ich diese Tatsachensubstrate auch wirklich dokumentiere. Vielleicht darf ich noch ein Wort zu dieser Entschädigungsfrage sagen. Es ist natürlich klar, dass die Unternehmen darauf gehofft haben, diese Entschädigung nach dem Epidemiegesetz zu bekommen mit dem vollen Umsatzausfall etc. Hier, der Sachverhalt, der uns dabei vorgelegen ist, ist natürlich so, dass wir das beurteilen müssen, quasi gibt es ein verfassungsrechtliches Gebot, in so einer Situation ein Unternehmen immer zu 100 Prozent zu entschädigen. Und da sind wir halt zum Ergebnis gekommen, dass aufgrund der kurzfristigen Maßnahmen, die wir zu beurteilen hatten, noch keine Enteignung im engeren Sinne vorliegt, sondern nur eine massive Eigentumsbeschränkung vorliegt und haben gesagt, das ist nicht in jedem Fall quasi zu 100 Prozent zu entschädigen und dass der Gesetzgeber einen gewissen Spielraum hat, das nicht nur so, wie es im Epidemiegesetz vorher war, zu gestalten, sondern halt auch durch andere Maßnahmen. Es steht aber Obieter Dick da schon drinnen in der Entscheidung, dass natürlich auch, wenn er sich zu privatwirtschaftlichen Maßnahmen verständigt, also irgendwelche Förderungen und so weiter vergibt, hier natürlich der Gleichheitssatz gilt und sich die Unternehmen und Betroffenen dann darauf berufen können, dass nach sachlichen Kriterien diese Förderungen vergeben werden. Das haben wir ja noch nicht in dem Sinn geprüft, ob das der Fall ist. Ja, na vielen Dank, ja sehr spannend. Ich glaube ein Thema, und auch viele Themen haben uns ja beschäftigt in dieser Zeit, aber ein wichtiges Thema war ja auch das Thema der Kommunikation und insbesondere hat ja unsere Bundesregierung einen sehr starken Part an der Kommunikationsarbeit übernommen. Das ist ja auch sehr positiv, dass man in diesen Krisenzeiten auch die Bevölkerung sehr stark informiert. Es waren allerdings doch dann in der Kommunikation entsprechende Aussagen, die nicht überall ganz so, vor allem bei Juristen, angekommen sind. Also ich erinnere nur an die Aussage, wo gesagt wurde, naja, also wir machen jetzt einmal Maßnahmen und dann später wird schon der VfGH beurteilen, ob das okay war oder nicht, aber dann gibt es die Maßnahmen sowieso nicht mehr und dann ist das alles hinfällig und dann muss er es auch gar nicht mehr prüfen. Und es wurde der berühmte Ausspruch von den juristischen Spitzfindigkeiten getätigt, wohingegen das ja in Deutschland, glaube ich, die Bundeskanzlerin ganz anders formuliert hat. Und da würde ich Sie gerne fragen, Frau Böschl, wie ist das bei uns? Haben wir da eine Lücke? Kommt da der Verfassungsgerichtshof zu spät? Kann man das machen als Gesetzgeber oder als Regierung in dem Fall oder auch als Verordnungsgeber, dass man sagt, naja, wir warten halt dann einmal ab, vielleicht ist dann eh nicht mehr in Kraft und dann ist alles irrelevant? Ja, also diese Aussage vom Bundeskanzler, es war ja nicht die Bundesregierung, sondern es war eine Aussage des Bundeskanzlers über die juristischen Spitzfindigkeiten und die Rechtsprechung gewissermaßen als Glasperlenspiel, ist ja schon oft kommentiert worden und auch zu Recht kritisiert worden. Ich wäre eine seltsame Verfassungsrechtlerin, wenn ich das unbedenklich fände. Es ist aber, glaube ich, schon ganz sinnvoll, einmal präzise zu sagen, was eigentlich hinter dieser Aussage steht oder jedenfalls, wie sie verstanden worden ist. Man musste sie, glaube ich, so verstehen, dass aus der Sicht des Bundeskanzlers der Rechtsstaat eigentlich erst mit der Rechtsprechung beginnt. Also erst dann, wenn der Einzelne die Einzelne vor Gericht steht und um ihr Recht kämpft und das ist grundfalsch. Nach unserer Verfassung adressiert der Rechtsstaat alle drei Staatsgewalten und er beginnt natürlich bei der Legislative, von der der Rechtsstaat logistisch einwandfreie, verfassungskonforme Normen erwartet und es gibt eine Reihe von Institutionen, die sicherstellen, dass das auch passiert. Der Verfassungsdienst, von dem wir erstaunlich viel gehört haben, weil er offenbar so wenig involviert war. Das vorparlamentarische Verfahren, das phasenweise überhaupt nicht mehr stattgefunden hat und dann natürlich die parlamentarische Kontrolle, wo die Normen, die die Regierung vorschlägt oder die Regierungsparteien vorschlagen, unter den kritischen Augen der Öffentlichkeit mit der Opposition diskutiert werden. Also es sind drei Sicherungsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass verfassungskonforme Normen auch zustande kommen. Der zweite Schritt ist, dass diese hoffentlich dann einwandfreien Normen von der Verwaltung fehlerfrei zu vollziehen sind und zwar im ersten Zugriff, nicht erst dann, wenn der oder die Einzelne das Gericht zu Hilfe ruft. Wenn die Gerichtsbarkeit sozusagen ins Spiel kommt, dann ist, und das muss man sich schon vor Augen führen, auf der ersten oder der zweiten Stufe oder auf beiden Stufen etwas schief gelaufen. Das kann natürlich passieren, das ist ja ganz klar, aber es muss das Ziel der Legislative und der Exekutive sein, dass es nicht passiert. Und wenn ein Bundeskanzler den Rechtsstaat gewissermaßen auf den Rechtsschutz verschiebt, dann erklärt er den Rechtsstaat damit eigentlich zu einem Reparaturbetrieb. Das ist aber nicht nach unserer Verfassung. Erwarten wir, dass die Bürger und Bürgerinnen eine funktionierende Erstversorgung mit Recht auf hohem Niveau bekommen. Und das war das Erste, was der Bundeskanzler einfach gründlich verkannt hat und was wirklich für Irritationen gesorgt hat. Das Zweite war, dass man zum damaligen Zeitpunkt noch befürchten musste, dass der VfGH nach seiner bis dahin bestehenden Judikatur Individualanträge gegen die Corona-Normen zurückweist mit dem Argument, die sind ja nicht mehr in Kraft. Also bist du nicht mehr aktuell betroffen, lieber Antragsteller von dieser Norm und damit verlierst du deine Antragslegitimation. Wenn man diese Judikatur jetzt nimmt in Verbindung mit der Haltung des Bundeskanzlers, der den Rechtsstaat auf den Rechtsschutz verschiebt, dann läuft der Rechtsstaat natürlich wirklich leer, weil die Legislative und die Exekutive fühlen sich nur zu rasch im Handeln berufen und sagen, wir lassen uns da nicht aufhalten von verfassungsrechtlichen Vorgaben. Rechtsstaat ist eine Sache des Rechtsschutzes und der kommt dann halt leider zu spät. Man kann den VfGH nicht hoch genug dafür loben, dass er hier Flagge gezeigt hat, muss ich sagen, und dass er diese Prognose des Bundeskanzlers sozusagen ihrerseits ins leere laufen hat lassen, Individualanträge als auch dann als zulässig akzeptiert hat, wenn die Normen bereits aus der Kraft getreten sind, was ja ganz typisch für Krisennormen ist. Das halte ich für fundamental entscheidend, dass das passiert ist. Es muss gestehen, dass mir die Judikatur davor auch nicht wahnsinnig eingeleuchtet hat und dass es ein schöner Anlass war, sie weiterzuentwickeln, wie man auf der Homepage des VfGH liest. Es war keine Änderung, eine Weiterentwicklung der Judikatur. Das ist deshalb so wichtig, weil es den Bürgern und Bürgerinnen Genugtuung verschafft, wenn einfach festgestellt wird, dass die Norm rechtswidrig war und weil es ihr Vertrauen in den Rechtsstaat ein Stück weit hoffentlich wiederherstellt und weil es auch für die Zukunft den Weg weist. Klar ist aber schon, die Freiheitsverluste, die wochenlang passiert sind auf der Basis einer rechtswidrigen Verordnung, die kann der VfGH nicht wiedergutmachen. Und umso wichtiger ist es, dass eben schon in der ersten und in der zweiten Stufe, also bei der Legislative und bei der Exekutive, die Verfassung benibel beachtet wird und hier keine Verschiebung auf die dritte Stufe stattfindet. Und das hat der Bundeskanzler, das muss man so sagen, einfach gründlich verkannt. Also die Verfassung gilt nicht jetzt bei der nachträglichen Überprüfung, sondern bei jeglichen Rechtsakt der Regierung gilt die Verfassung, hat sie zu beachten. Aber die Frage stellt sich schon, ist der VfGH strukturell zu langsam? Ist die Normenkontrolle, kommt die zu spät? Brauchen wir so eine Art vorläufigen Rechtsschutz bei uns auch, wie es in Deutschland, glaube ich, besteht? In Deutschland gibt es das. Die Frage ist jetzt natürlich heikel, wenn neben mir eine Verfassungsrichterin sitzt, die beantwortet sie aber trotzdem. Der VfGH hat ja jetzt schon etwas ganz Wichtiges getan, indem er den Individualantrag nicht frustriert hat, sondern signalisiert hat, ich lasse ihn auch zu, wenn wir erst darüber entscheiden, in dem Moment, wo die Norm schon außer Kraft getreten ist. Der Individualantrag ist ein ganz schneller Weg zum Verfassungsgerichtshof. Das ist einmal der erste Punkt, den man prüfen muss, wie schnell kommt man denn zum VfGH mit der Aussicht, dass er dann auch in der Sache entscheidet. Der zweite Punkt ist die Frage, wie schnell entscheidet der VfGH. Da wissen wir, dass der VfGH kein ständig tagendes Gericht ist, sondern in Sessionen entscheidet, viermal im Jahr zu je drei Wochen, manchmal sogar ein bisschen länger. Und das kann schon zur Folge haben, dass mehrere Wochen vergehen, Monate vielleicht sogar, bis der Verfassungsgerichtshof in der Sache über eine solche Norm entscheiden kann, sodass seine Entscheidung dann erst post fest umkommt, also wenn die Norm außer Kraft getreten ist. Wir würden das bei individuellen Rechtsakten als ein nicht akzeptables Rechtsschutzdefizit ansehen. Deshalb gibt es auch bei Erkenntnisbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof einen vorläufigen Rechtsschutz in Gestalt der aufschiebenden Wirkung, die gewährt wird nach einer Interessenabwägung. Welche Interessen stehen für den Beschwerdeführer auf dem Spiel? Welche Interessen sprechen für die Vollziehung der jeweiligen Entscheidung? Und eine solche aufschiebende Wirkung wird zuerkannt, auch zwischen den Sessionen, und zwar vom Präsidenten auf Antrag des jeweiligen Referenten, der jeweiligen Referentin. Jetzt muss man bei generell abstrakten Normen natürlich sagen, dass die Lage ein bisschen anders ist, weil die Interessenabwägung viel komplexer ist. Da sind ja viel mehr Interessen im Spiel. Da geht es ja nicht um ein Individual und gegen Kollektivinteressen, sondern um multiple Interessen. Und die generell abstrakte Norm betrifft natürlich sehr viel mehr Menschen. Es ist auch sozusagen die politische Sprengkraft viel höher. Deshalb wäre es unerträglich, glaube ich, wenn der Präsident auf Antrag eines Referenten oder einer Referentin entscheiden würde, ob eine solche Verordnung ausgesetzt wird oder nicht ausgesetzt wird. Also da müsste man, wenn, den Spruchkörper vergrößern, zumindest auf den kleinen Senat, eigentlich wohl auch auf das Plenum. Und damit bringt man natürlich das Sessionssystem des Vfga ein bisschen durcheinander, das sich an sich bewährt hat. Das ist ein Faktor, den man, glaube ich, berücksichtigen muss. Der zweite Faktor, den man berücksichtigen muss, ist, dass über einen solchen vorläufigen Rechtsschutz bei generell abstrakten Normen nicht entschieden werden könnte, ohne die verordnungserlassende Stelle auch anzuhören. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Das heißt, sofort kann in einem Rechtsstaat nicht entschieden werden, weil die andere Seite muss in einem solchen Verfahren natürlich immer gehört werden. Es kann sein, dass wir dann eh schon in der Session sind sozusagen durch den zeitlichen Ablauf, sodass sich das gar nicht so rentiert. Es kommt ein bisschen von den oder hängt ein bisschen von den Zeitabläufen ab. In Deutschland, was Sie angesprochen haben, gibt es diesen vorläufigen Rechtsschutz. Er hat bei den Corona-Normen kaum je eine Rolle gespielt, interessanterweise, weil hier so gewichtige öffentliche Interessen am Spiel gestanden sind, dass sich die Gerichte ganz weit überwiegend dazu entschieden haben, die Norm einmal so zu belassen. Es gab aber eben doch ganz ausgewählte, seltene Fälle von evidenten, massiven Freiheitsverletzungen, die dann durch diesen vorläufigen Rechtsschutz, also wirklich ganz kurzfristig, gestoppt werden konnten. Und unter diesem Aspekt finde ich sozusagen die Einführung bei allen Problemen, die ich sehe, des einstweiligen Rechtsschutzes in Österreich grundsätzlich diskutabel. Ich finde sie aber, muss ich offen gestehen, ich habe bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht, eigentlich erst diskutabel, seitdem die Politik den Eindruck erweckt, dass sie munter hineinlägeferiert in diese Rechtsschutzlücken mit kurzfristig geltenden Normen, in der Hoffnung, dass die Normen schon aus der Kraft getreten werden, bis sich der VfGH mit ihnen beschäftigt. Also den Anlass dazu, darüber nachzudenken, hat schon die Aussage des Bundeskanzlers geliefert. Und der VfGH hat, glaube ich, schon jetzt einen wichtigen Gegenakzent gesetzt mit dem Individualantrag. Und durch die Zwischensessionen, die es gibt, kann er ja auch gegensteuern. Ja, spannend. Also wenn der Gesetzgeber der Lücken in der Normenkontrolle ausnützt, ähnlich wie bei einer Transaktionsstrukturierung, ist es die Gesetzestrukturierung, ist das doch eine spannende Entwicklung, glaube ich, wo man da entgegenwirken muss. Wir haben ja so viele Aspekte gehabt aufgrund der Covid-19-Krise. Ich glaube, man sieht die Homepage der Kanzleien alle anschauen. Es gibt zu jedem Rechtsgebiet einen Covid-Newsletter. Es gab überall Auswirkungen. Und eine ganz bedeutende Auswirkung, die wir auch in der Beratung ständig hatten, war natürlich im Bereich des Zivilrechts, wo gerade in der akuten Phase wir also ganz, ganz viele Beratungen hatten im Zusammenhang mit der Frage, kann man Verträge auflösen? Gibt überhaupt einmal die Frage, gab es überhaupt entsprechende Klauseln vor dem Marscheur oder Meck oder gibt es nichts? Oder war es ein Weg vor der Geschäftsgrundlagen oder spezielle Regelungen im Mietrecht etc.? Und das war doch ein ganz, ganz großes und spannendes Thema. Und da hätte ich Sie gerne ein bisschen dazu befragt. Aber ich sagte, wie Sie das sehen, wenn so eine Pandemie kommt, es ist natürlich die Vertragsstabilität ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Und wenn man irgendwas außerordentlich auflösen oder anpassen kann, schon durch die Rechtsordnung ist das immer schwierig, weil einer verliert. Auf der anderen Seite kann ich auch nie alle Fälle im Vorhinein, selbst wenn ich der beste Kautelarjurist bin, berücksichtigen. Es zahlt ihm übrigens auch keiner, wenn man das macht, also auch wenn es schwierig ist. Und daher wäre es sehr spannend, ein bisschen von Ihnen zu hören, was da Ihre Erfahrungen sind. Ja, vielen Dank. Vielleicht, wenn ich darf, weil wir sozusagen ausgemacht haben, auch eine Diskussion eben daraus zu machen. Einen Nebensatz nur zuerst zu dem, was die Frau Dr. Galeitner gesagt hat und was mir wichtig scheint. Es sind nicht nur offenbar in der Krise bei den Maßnahmen, die Grundrechtseingriffe, Freiheitsrechte beschränkt hatten und Grundrechtseingriffe waren, Schnellschüsse erfolgt. Sie haben etwas zuletzt gesagt, was mich sozusagen aus privatrechtlicher Sicht beschäftigt hat und einen Anschlusspunkt bringt. Nämlich, dass wenn der Staat im Rahmen dieser Krise privatrechtlich tätig wird, dann natürlich sich an Gleichheit und auch vielleicht an alles mögliche sonst zu halten hat. Also was relativ wenige Menschen aufgeregt hat in Österreich, vielleicht mehr in Irland, ist, dass beispielsweise bei der Auer Lufthansa-Rettung also gewiss an Gleichheit kein Mensch gedacht hat, weil ich glaube, wenn der Ryanair-Chef gekommen wäre, gesagt hätte, wir machen es um den halben Preis. Hätten alle gesagt, wir wollen aber die Lufthansa, mit die reden wir gar nicht. Also man sieht schon, da sind zum Teil massive Beträge, die auch jetzt vielleicht so nicht mehr ausgeschüttet werden, aber die den Wettbewerb nachhaltig verzerren werden. Also die Zeche zahlen wir nicht nur durch die Zahlungen, sondern eben später durch eine andere Kostenstruktur der Wettbewerber, die ungeheuer freihändige Betätigungen privatrechtlich ausgelöst haben, wo, super Fluglinien, Flughafen wollen wir schauen, ist eh gut, wenn sie alles retten. Das ist oft etwas unreflektiert. Aber damit zum Vertragsrecht natürlich. Erstens ist da immer aus meiner Sicht gerade für internationale Kontexte die Frage, die zu wenig gesehen wird, was auch unsere Schuld an den Unis ist, weil wir so unterrichten, welches Recht ist überhaupt anwendbar. Und für diese Fragen ist es verblüffend, wie sehr im Vertragsrecht in Europa ganz unterschiedliche Regelungen für diese ganz zentralen Punkte, teils mit zwingendem Recht vorhanden sind. Also das muss man, das schiebe ich jetzt beiseite fürs Weitere, weil es jetzt für uns nicht zentral ist, aber praktisch, wenn man sich fragt, man hat irgendeinen internationalen Vertrag. Wir haben gerade heute im Übernahmerechtskontext etwas gehabt in der Session am Vormittag zu Breakfees, wenn Verhandlungen abgebrochen werden. Also zum Beispiel, da gibt es Gestaltungen, die der Kollege aus Frankfurt vorgestellt hat, die in Österreich schlicht wegen zwingenden vertragsrechtlichen Grenzen bei der Vertragsstrafe so nicht halten würden, eine Breakfee von 250 Millionen oder von einer Milliarde, Fälle, die er hatte, wo bei uns einfach die Vertragsstrafe sagen würde, so läuft es nicht, kann immer gemindert werden. Also anwendbares Recht erster Punkt, der zentral ist. Und damit zu dem, was Sie schon gesagt haben, was die Mandanten nicht zahlen, worüber wir auch gesprochen hatten, also genau, die ökonomische Literatur streitet in der Abstrakt noch immer, kann man Verträge überhaupt vollständig fassen? Der Streit ist, glaube ich, ein theoretischer, weil jedenfalls praktisch die Kostenexerante der Gestaltung, je mehr man sich an der Vollständigkeit annähert, exorbitant zunehmen und auch rein rational nicht sinnvoll sind. Also uns würde es jetzt nicht so stören. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es ist unter Umständen ganz gut für die Billables. Andererseits, mein Gefühl ist, hier sind alle eh sehr ausgelastet. Also wenn wir den Dr. Hasenauer nicht klonen können, dann viermal so viele Billables kann er, wenn er überleben will, nicht auf Dauer liefern. Wir haben viele in der Kanzlei. Gut, also, aber das ist natürlich ein Aspekt. Deswegen glaube ich, man muss sich fragen, was sind zum Beispiel Geschäftsgrundlagenfälle? Und ich habe das immer so eingeordnet, dass ich sage, ein Fall, wo wir über den Wegfall der Geschäftsgrundlage nachdenken, ist nichts anderes als eine Lücke im Vertrag. Also normalerweise würden wir sagen, entweder die Parteien haben das Risiko, das eingetreten ist, einer Seite zugewiesen. Dann haben wir das Problem nicht. Also ich kann nicht sagen, Risiko der Ölpreissteigerung trägt Käuferseite für irgendetwas, was relevant ist bei den Produktionskosten und dann steigt der Ölpreis sehr stark und kann sagen, im Moment, so stark habe ich gehofft, dass es nicht passiert. Also das ist sehr einfach. Im Grunde, wenn ein Risiko wirklich zugewiesen ist, dann muss man es eben auch tragen. Und wenn das nicht gemacht ist, dann gibt es ausnahmsweise manchmal im besonderen Vertragsrecht im Gesetz eine Regelung, wie zum Beispiel im ABGB nicht im allgemeinen Schuldrecht, was eine echte Schwäche ist, auch verglichen mit Frankreich, mit Italien, mit Deutschland, mit Belgien, mit den UNIDROR-Prinzipien, also mit im Grunde vielen Regelwerken, die zeigen, ein bisschen mehr kann man schon hineinschreiben als nichts. Und dafür haben wir es aber in einem praktisch wichtigen Bereich gehabt, was in dem Punkt visionär ist, nämlich im Mietrecht, das eben für solchen Kriege. Die Regel drin ist im Grunde, wenn man es nicht verwenden kann, das Geschäftslokal, dann ist die Miete nicht geschuldet. Und das entschärft sozusagen die Schwäche im allgemeinen Schuldrecht. Aber wenn in beiden Bereichen zufällig nichts zu finden ist für den Vertrag, um den es uns geht, dann müssen wir uns über Wegfall der Geschäftsgrundlage den Kopf zerbrechen. Und dabei fällt uns in Österreich massiv auf den Kopf, dass wir ein kleines Land sind und dass wir zu wenig Rechtsprechung haben deswegen. Und völlig unreflektiert kann man in dem Punkt nicht leicht aus anderen Ländern übernehmen, weil dort ein Teil kodifiziert ist. Und also insofern, man kommt sozusagen meistens gut trotzdem durch. Aber wann ist denn jetzt unzumutbar für jemanden, den Vertrag unverändert fortzusetzen? Muss das so sein, dass man in den Ruin getrieben wird, wenn man fortsetzt und nur dann raus darf? Oder genügt es, dass es schon eine dramatisch schlimme Kostenentwicklung ist? Oder brauche ich ein öffentlich-rechtliches Verbot, dass ich eben diese Tätigkeit jetzt gar nicht derzeit ausüben darf und daher findet es nicht statt? Also das sind Sachen, wo sozusagen der Gesetzgeber uns im allgemeinen Schuldrecht im Stich lässt und vielleicht ohne Krise auch kein Druck im System ist, dass man das einmal regelt. Aber das könnte man. Und das ist in vielen Teilen jedenfalls im bürgerlichen Recht so. Da wäre Potenzial, das Schuldrecht einmal zu entstauben und das Haus in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist die Krise insofern ein guter Anlass. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, da wird noch vieles auf uns zukommen. Auch vielleicht unter Umständen im streitigen Bereich kann ich durchaus vorhersehen wahrscheinlich. Aber jetzt würde ich doch noch sehr gerne zu Ihnen kommen, Herr Gersten Mayer. Ich hoffe, Sie fühlen sich bei all den Juristen trotzdem halbwegs wohl unter uns, weil wir wirklich sehr gespannt sind zu hören, wie eigentlich ein so global agierendes Unternehmen wie Ihres die Krise gemeistert hat, insbesondere auch mit ihrer starken Connection nach Asien und doch mit dem, muss man sagen, sehr global agierenden Geschäft. Und das ist ja eine globale Krise. Also wenn Sie uns da ein bisschen Einblicke gehen könnten, würde uns das sehr freuen. Ja, gerne. Ja, ich denke, unsere Aufstellung hat uns bei der Bewältigung der ganzen Geschichte eher geholfen als geschadet. Wir waren ja sehr früh betroffen und vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus, weil heute wissen wir alle ganz genau, was da alles notwendig war und so weiter und so fort. Damals war die Situation ja durchaus eine andere. Interessanterweise und das ist vielleicht auch der Erfahrung der Vergangenheit geschuldet, haben unsere Mitarbeiter in China bereits im Dezember begonnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aus den Learnings, die man damals aus der SARS-Krise gezogen hatte. Wir hatten Gott sei Dank in China entsprechende Prozeduren etabliert, die eine doch entsprechende Sensorium hatten, um sehr früh Indikatoren aufzunehmen, dass da kommt irgendwas, da müssen wir uns vorbereiten. Ich habe im Dezember vor Weihnachten einen Anruf aus China bekommen von einem unserer Manager. Wir bauen jetzt Desinfektionsmittelbestände auf, wir überlegen uns, wo wir Artenschutzmasken herbekommen und so weiter. Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man muss ja dazu sagen, ich glaube, Sie haben ja über 7000 Mitarbeiter in China und auch in der Nähe von Wuhan selbsttätig oder nicht ganz so weit weg. Vielleicht erzählen Sie das ja ein bisschen, weil das ist ja ganz spannend, dass das so nah eigentlich geschieht. Naja gut, wir sind ja jetzt fast viereinhalb, fast 5000 Mitarbeitern in Shanghai tätig. Wir sind derzeit inzwischen fast bei 3000 Mitarbeitern in der Stadt Chongqing. Chongqing hat ja eine direkte Grenze zu Wuhan, also da hat man schon eine gewisse Sensitivität. Und ja, wir sind ja auch dort intensiv am Investieren und am Ausbauen, Werke in Betrieb zu nehmen und so weiter. Also das ist ein ganzer Komplex, der uns natürlich zusätzlich beschäftigt. Wir haben in der Krise dann relativ schnell gesehen, ab Januar, dass wir es doch mit einer größeren Gesundheitskrise zu tun haben. Und das war die erste Phase, was tun in dieser Situation. Da war ganz klar der Fokus, wie stellen wir sicher, dass der Betrieb aufrechterhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Der Peak war ja in China um das Chinese New Year herum, wo man ja dann entschieden hat, aufgrund eine Woche ist sowieso in der Regel alles stillgelegt. Man verlängert Chinese New Year um ein, zwei Wochen und versucht so die Situation in den Griff zu bekommen. Auch dort waren wir gezwungen, teilweise unsere Werke zu schließen, weil wir einfach per Verordnung die Mitarbeiter nicht mehr in die Werke gebracht haben. Es wurde ja der komplette öffentliche Transport eingestellt und es durfte sich ja keiner mehr von A nach B bewegen. Interessanterweise aber haben wir es immerhin geschafft, ein Werk in Chongqing weiterlaufen zu lassen, weil wir dort niemals eine Chinese New Year Break eingebaut hatten. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen. Also lange vor der Politik, auch in China hatten wir bereits Eingangskontrollen, Artenschutzmasken, Desinfektion und 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 hatten dort auch dann der Behörde vor Ort nachgewiesen, wir haben ein sicheres Umfeld und wir sind der Meinung, wir haben alle Maßnahmen ergriffen, um weiter produzieren zu können. Das haben sie uns abgenommen für das eine Werke in Chongqing, die anderen beiden, die ja ein paar Tage zu waren, mussten dann auch zwei Wochen zu sein, aber aufgrund von sehr intensivem Arbeiten und da wurden über Nacht oft hunderte von Dokumenten erzeugt, alleine schon nachzuvollziehen, wo Mitarbeiter sich die letzten zwei, drei Wochen bewegt haben. Wir mussten für jeden Mittag weiter quasi einen Steckbrief erarbeiten. Wo war der überall? War der in der Nähe von Wuhan? War er nicht? Wo hat er sich bewegt? Und auf dem Wege konnten wir dann doch nach zwei, drei Wochen alle Werke wieder in Betrieb nehmen. Also wir waren sicherlich eine der Firmen, die dort am schnellsten wieder am Laufen waren. Zu dem Zeitpunkt hat in Österreich noch kein Mensch über das Thema gesprochen. Da ist irgendwas in China und das ist schwierig und ja. Was mich so überrascht hat in der gesamten Situation ist, wir haben ja über verschiedene Kanäle immer wieder auch den Hinweis auch Richtung unserer Politik, unserer Interessenvertretungen gegeben. Achtung, bereitet euch vor, da kann was passieren. Das ist komplett vorbeigelaufen. Wir haben aus der Erfahrung natürlich die gleichen Schlüsse jetzt auf alle anderen Werke gezogen. Wir haben gleiche Maßnahmen schon im Februar dann in den österreichischen Werken eingeführt. Wir haben unsere Bestände eben an all diesen Schutzmaterialien aufgestockt. Wir haben das gleiche in Indien gemacht, in Korea gemacht. Selbst dort war es auch bei den Mitarbeitern so, dass im ersten Moment, für was brauchen wir das, das ist ja nicht notwendig. Jetzt sind wir da an der Grenze, was man vorhin im Unternehmen tut, man sich da ein bisschen leichter. Da kann man halt eine Verordnung auch mal verordnen ohne Begründung. Und das war letztendlich ein klarer Managementbeschluss, wo man gesagt hat, so Ende der Diskussion, wir machen das jetzt so. Es geht darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich glaube, auf dem Wege haben wir es geschafft, erstens die Unternehmung soweit vor den Einflüssen zu schützen. Wir haben in Österreich im Prinzip bis heute keinen wirklichen Infektionsfall im Unternehmen gehabt. Natürlich waren Mitarbeiter, die sich irgendwo außerhalb infiziert hatten, punktuell auf Quarantäne. Aber wir hatten keinen Hotspot in den Werken. Wir hatten auch in China in keinem der Werke einen Hotspot. Also sonst hätten uns die sofort das Werk zugemacht. Und wir haben ja immerhin, wie gesagt, an zwei Standorten über 7000 Mitarbeiter inzwischen. Wir hatten auch in Korea keinen Fall. Leider hat es uns in Indien ein bisschen erwischt. Also erstens, dass dort doch massiv Leute auf Quarantäne gehen mussten. Es war zwar nichts im Unternehmen, aber leider hatten wir auch dort einen Todesfall eines Mitarbeiters, der einfach eine Vordisposition hatte und im Krankenhaus dann verstorben ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir mit mit gewissen Stolz sagen, wir hatten ein Umfeld im Unternehmen geschaffen, das deutlich sicherer war als alles außen herum und zwar in allen Ländern. Was auch bei den Mitarbeitern am Ende dann gut angekommen ist, weil im Angestelltenbereich kannst relativ leichte Leute in ein Homeoffice schicken, was wir im großen Umfang gemacht haben. Aber im Produktionsumfeld musst du natürlich die Leute vor Ort halten. Und am Ende haben sich die sehr, sehr gewertschätzt gefühlt, weil wir ihnen halt, ja, wir hatten ja aufgebürdet, Masken zu tragen und nicht die einfachen, die wir heute tragen, sondern wirklich die hochsicheren Masken, mit denen acht Stunden am Tag zu arbeiten, ist eine Bürde. Aber nichtsdestotrotz, die Leute haben das sehr diszipliniert gemacht, weil sie gewusst haben, erstens, man kümmert sich um sie und es ist hilfreich und auf dem Wege schützen wir auch die Arbeitsplätze. Na, vielen Dank, sehr spannend. Ich glaube, jetzt ist, nachdem wir einmal eine erste Runde hatten, die Zeit zu fragen, ob irgendwer einmal Fragen stellen möchte schon oder Anmerkungen hat. Ja, bitte, wir haben eine. Also, Sie müssen es halten. Okay, nein, es ist sehr angenehm. Das Corona-Mikrofon. Ja, das Corona-Mikrofon. Nicht mit allem Respekt, auch jetzt vor der nachprüfenden Kontrolle und Aufarbeitung durch den Verfassungsgerichtshof. Ich glaube, da besteht gar kein Zweifel, dass das notwendig ist, auch für zukünftige Fälle solche Rahmenbedingungen für Grundrechtseinschränkungen festzulegen. Ich glaube zwar, dass die Kritik am Bundeskanzler in der Form ein bisschen überzogen ist. Man muss sich, glaube ich, auch vorstellen, in welcher Situation die Bundesregierung war. Ich habe, in Europa hat man gesehen, es werden Lockdowns kommen. Ich habe allen Klienten gesagt, macht euch keine Sorgen. Das Epidemiegesetz bietet eh einen Blankoscheck. Das heißt, es war notwendig im ersten Covid-Gesetz letztlich Änderungen, oder wir zu treffen. Und die Bezugnahme auf die juristische Spitzfindigkeit, glaube ich, hat sich darauf bezogen, dass ja dort drinsteht, bestimmte Orte oder bestimmbare Orte. Also zumindest ist das in der öffentlichen Diskussion so gewesen. Und ich glaube, da kann man schon einem Normalbürger sagen, das ist, glaube ich, für viele Normalbürger eine juristische Spitzfindigkeit. Der Hinweis auf die nachprüfende Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof, so mit dem Beisatz, dann ist eh schon wurscht, der ist sicher nicht adäquat gewesen. Also da muss ich jetzt leider was sagen, weil der Hinweis, ob es bestimmte Orte sind oder nicht bestimmte Orte, der ist schon sehr wichtig, weil es ist nämlich schon ein Unterschied, ob ich die Leute zu Hause einsperre oder ob ich sage, an bestimmten zu definierenden Orten soll man sie nicht aufhalten. Und das kann ich nicht unterschreiben, dass das eine Spitzfindigkeit ist, sondern eine allgemeine Ausgangssperre ist was anderes, als zu sagen, bestimmte Betriebe dürfen für einen bestimmten Zeitraum nicht betreten werden. Aber ich glaube, wir sollten hier nicht über den Bundeskanzler diskutieren. Aber ich glaube, es gibt ja da eine, das hat ja der Gesetzgeber versucht zu sanieren. Darf ich da vorne noch etwas sagen, auch wenn es Ihnen jetzt vielleicht juristisch spitzfindig vorkommt, aber die Aussage vom Bundeskanzler über die Spitzfindigkeiten hatte eine ganz andere Norm zum Inhalt. Er ist bei der ZIP 2 gefragt worden von Armin Wolf. Ob es wirklich wahr ist oder wie eigentlich diese Ausgangssperreverordnung nun zu verstehen ist. Sie sagt nämlich in der berühmten Ziffer 5, dass der Gang ins Freie erlaubt ist, wenn man den Abstand zu allen anderen Personen einhält, ohne weitere Zweckbestimmung. Das hätte bedeutet, dass man nach dieser Verordnung aus jedem Grund ins Freie gehen darf. Aber die Bundesregierung hat diese Verordnung in ihren vielen, vielen Pressekonferenzen ganz anders kommuniziert, nämlich so, dass der Gang ins Freie gebunden ist daran, dass man sich kurz die Beine vertritt oder Sport betreibt. Und darauf wollte Armin Wolf eine Antwort vom Bundeskanzler, was gilt nun? Wie weit reicht unsere Freiheit nun? Und das trifft rechtsstaatlich schon ins Schwarze. Ob man aus jedem Grund ins Freie gehen darf oder nur, um sich die Beine zu vertreten und sich zu erholen. Und die Antwort darauf war vom Bundeskanzler, es wird immer Leute geben, die juristisch spitzfindig sind. Aber es geht hier nicht darum, maximale Verwirrung zu schaffen. Darum ging es ja auch dem Fragestellenden nicht. Es ging eben darum, Klarheit zu schaffen, nachdem vorher Verwirrung geschaffen worden ist. Also diese Klarstellung ist mir jetzt schon wichtig, aber ich riskiere dabei, dass Sie das für spitzfindig halten. Jetzt kommst du unter Druck fast wie in der ZIB 2 hier. Das ist doch. Ja, jetzt geben wir dir kein Mikrofon mehr durch. Verfassungsrechtliche, geballte Kraft zu argumentieren. Aber jetzt könnte ich natürlich böse und spitzfindig sagen, dann war die Verordnung ja eh in Ordnung, wenn man ins Freie gehen durfte. Ja, ja. Aber die Frage war halt, wie sie kommuniziert worden ist. Verstehen Sie, dass man neben einer Verordnung, die im Bundesgesetzblatt kundgemacht ist, dann auf Pressekonferenzen eine andere, viel strengere Verordnung proklamiert. Das ist schon ein Problem. Vielleicht darf ich dazu sagen, wir haben ja... Das ist ein Problem. Ja, aber es war halt ein Appell an die Vernunft der Bevölkerung. Das war aber für niemanden verständlich, dass das nur eine Empfehlung war. Ich muss einen Ordnungsruf machen. Bitte. Du hast das Wort, liebe Sie. Ich möchte vielleicht dazu sagen, dass wir die Verordnung dann so interpretiert haben, wie sie immer in den Pressekonferenzen kommuniziert wurde, nämlich als allgemeine Ausgangssperre mit einzelnen Ausnahmen, weil ich ehrlich gesagt das auch ein bisschen spitzfindig finden würde, wenn man nachher den Bürgern sagt, du warst nur so blöd und hast alles geglaubt, was in den Pressekonferenzen gesagt wurde. Also ich glaube, wenn sich Regierungsmitglieder hinstellen und sagen, so ist es zu verstehen, dann sehen wir uns auch nicht in der Lage, nachher zu sagen, aber man kann es eh anders verstehen und dann wäre es eh wieder verfassungskonform. Also ich glaube, da muss man das auch schon, wer A sagt, muss dann auch B sagen, muss sich halt auch gefallen lassen, dass man es dann so interpretiert, wie es immer kommuniziert wurde. Aber das neue Gesetz sieht das ja jetzt vor, solche Ausgangsregeln, um den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zu verhindern. Kann man ja jetzt so etwas auch erlassen? Ja, jetzt muss ich endlich Ihre Frage beantworten. Ja, bitte. Ich bleibe drauf. Ich habe das vom armen Wolf gelernt. Einfach drauf bleiben. Ja, ich spüre, dass wir jetzt schon in einer Moderatoren-Situation sind. Also es ist ja schon ausgeführt worden, dass die Kritik des Verfassungsgerichts so von dieser Ausgangssperre oder an dieser Ausgangsbeschränkungsverordnung war, dass sie sich eben nicht bezogen hat auf bestimmte Orte, wie die gesetzliche Ermächtigung vorgesehen hat, sondern dass sie das Betreten des öffentlichen Raumes an sich untersagt hat, mit bestimmten Ausnahmen, aber dem Grundsatz nach untersagt hat. Und das fand keine Deckung im Gesetz. So war die Aussage des Verfassungsgerichtshofes. Deshalb hat er diese Verordnung für gesetzwidrig erklärt. Der Verfassungsgerichtshof sagt in dieser Entscheidung allerdings auch dazu, Ausgangsbeschränkungen in der Art, wie wir sie hatten, sind nicht ausgeschlossen. Aber sie müssen zeitliche, persönliche, sachliche Einschränkungen haben. Erstens, sie müssen zweitens verhältnismäßig sein und drittens braucht es für sie eine gesetzliche Grundlage, die konkret und ausreichend bestimmt ist. Man hat jetzt versucht, über den Sommer eine solche gesetzliche Grundlage zu schaffen unter sozusagen mantraartiger Beschwörung, dass wir alle hoffen, sie nicht zu brauchen, aber es gäbe sie für den Fall des Falles. Und im Covid-19-Maßnahmengesetz in der novellierten Fassung versucht man jetzt einmal zunächst, so scheint mir jedenfalls, die Verhältnismäßigkeit herzustellen, indem man bevor ein Lockdown ermächtigt ist, eine Kaskade von anderen Maßnahmen ergreifen muss. Also das Gesetz enthält eine Ermächtigung, dass es Verhaltensregeln gibt für Betriebsstätten, für Arbeitsorte, für Verkehrsmittel, für bestimmte Orte und für den gesamten öffentlichen Raum. Und das Gesetz sieht außerdem vor, dass es auch Betretungsverbote gibt, für alle genannten Orte außer dem öffentlichen Raum schlechthin. Und alle diese Maßnahmen müssen eingesetzt werden, um zu verhindern, dass sich Covid-19 verbreitet und sie müssen zur Erreichung dieses sicher legitimen Zieles auch erforderlich sein. Mich wundert, dass das Gesetz nicht dazu sagt, dass diese Maßnahmen auch angemessen sein müssen, also in einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen zum Ziel, das muss man sich dazu denken. Kann man, aber es ist ein bisschen seltsam, dass man es dazu denken muss. Erst wenn alle diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen und wenn ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht und es erforderlich ist, erst dann kann ein solcher Lockdown durchgeführt werden nach dem Gesetz, wie wir ihn im Frühjahr erlebt haben. Das heißt, ein Verbot, den privaten Wohnbereich zu verlassen, aber auch da muss es Ausnahmen geben, die entsprechen im Wesentlichen dem, was wir im Frühjahr in dieser Ausgangsbeschränkungsverordnung schon hatten mit ein paar Klarstellungen. Eine Klarstellung ist, dass getrennt lebende Partner wechselseitig die beim anderen lebenden, minderjährigen Kinder besuchen können. Das war ja mindestens eine Woche lang unklar im Frühjahr und das wäre garantiert unverhältnismäßig, diesen Kontakt zu unterbinden. Klargestellt worden ist auch, zumindest in den Materialien, dass Partner, die nicht miteinander im selben Haushalt leben, sich sehen dürfen. Das war auch ganz unklar nach dieser alten Verordnung und es wäre auch ganz bestimmt unverhältnismäßig, einen solchen Kontakt zu unterbinden. In der Verordnung steht jetzt das drin, was in der früheren Verordnung nur auf Pressekonferenzen proklamiert worden ist, nämlich, dass die berühmte Ziffer 5, der Gang ins Freie, gebunden ist an einen Zweck, nämlich an einen Zweck, sich psychisch oder physisch zu erholen. Also diese Klarstellung ist jetzt getroffen, jetzt gilt das, was vorher hätte gelten sollen und so verkündet worden ist. Ganz leicht zu vollziehen sein wird diese Regel wahrscheinlich nicht. Nicht klar sind manche Fragen für mich, zum Beispiel, was ist mit erwachsenen Kindern, dürfen die ihre Eltern besuchen oder nicht. Das ergibt sich für mich weder aus dem Wortlaut noch aus den Materialien, ist aber eine Frage, die umso relevanter wird, je länger der Lockdown dauert, je stärker wir auf Weihnachten zusteuern zum Beispiel. Nicht klar ist für mich auch, was ist eigentlich mit Menschen, die alleinstehend sind, wird denen dann jeder soziale Kontakt verboten? Hielte ich auch für problematisch. Also das sind Fragen, die offen sind, es ist aber eine gesetzliche Ermächtigung. Der Verordnungsgeber ist da sicher aufgerufen, hier noch ein paar Klarstellungen vorzunehmen. Was auch noch, also das sind die persönlichen und die sachlichen Einschränkungen, die das Gesetz gibt, die wahrscheinlich in der Verordnung noch näher konkretisiert werden müssen. Es gibt eine zeitliche Beschränkung, der Lockdown ist auf zehn Tage beschränkt. Das lässt einen irgendwie aufatmen, wenn man das hört, aber es gibt eine unbeschränkte Möglichkeit, ihn zu verlängern. Freilich immer gebunden daran, dass es unerlässlich ist, einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber es wird einem trotzdem Angst und Bange, weil ich weiß nicht, wie sehen Sie es, Herr Gerstenmaier, überleben wir einen zweiten Lockdown wirtschaftlich. Wie wird sich das auswirken? Vielleicht ganz kurz ein Beitrag zu dem, was bisher diskutiert wurde, vollkommen nicht juristisch. Ich wundere mich, wie viel Zeit und Energie wir aufwenden in die juristische Diskussion von Verordnungen und so weiter und so fort. Wie wenig Energie und Zeit wir aufwenden in präventive Maßnahmen. Wenn man sich anschaut, es gibt genug Beispiele, wie man das ganze Thema in Griff bekommen kann. Ich stelle jetzt einmal beiseite, was das alles dann wieder an juristischen Auswirkungen haben kann. Aber ganz klar ist, wenn Fälle auftreten, ist dort mit entsprechend konsequenten Maßnahmen, Testen, temporäre Absonderung, wie das so schön heißt, kann man das Thema in Griff bekommen. Das heißt, die Frage, warum schaffen wir es nicht, erstens genügend Testkapazitäten ins Land zu holen? Zweitens, zonale Maßnahmen zu ergreifen, wenn Fälle auftreten? Und drittens, und da bin ich jetzt wahrscheinlich angreifbar, wir sprechen über demokratiepolitische Maßnahmen. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch die entsprechende Reife in der Bevölkerung, dass man das alles durchführen kann. Und ehrlich, in Europa haben wir gerade einen Sommer lang bewiesen, dass die Menschen offensichtlich nicht reif sind, selbstbestimmt mit entsprechenden Verantwortungsbewusstsein der Gemeinschaft gegenüber mit diesen Dingen umzugehen. Also müssen wir uns überlegen, wie können wir letztendlich hier notwendige Maßnahmen ergreifen. Und meiner Meinung nach geht es nur, indem wir massiv in die Richtung testen gehen und dann in regionale Maßnahmen, wo es sagt, okay, es gibt regional einen größeren Kreis an Quarantänemaßnahmen, was auch immer, wenn Fälle in einem entsprechenden Maße auftreten. Die Idee der Corona-Ampel, die jetzt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde, geht genau in die richtige Richtung. Die ist nur politisch meiner Meinung nach zu Tode geredet worden und verhindert worden. Das wäre genau der richtige Weg zu sagen, ich habe einen Hotspot, wenn man jetzt in Österreich schaut, es gibt auch Wien ist nicht Wien. Da wird es Bereiche geben, die wichtiger sind oder kritischer sind, andere, die weniger kritisch sind. Die kann man identifizieren und es ist nachgewiesen, wenn man diese, erstens die Leute dort schnellstens durchtestet, die Infizierten letztendlich in Quarantäne schickt, dann habe ich das innerhalb kürzester Zeit im Griff. Und diese Diskussion findet nicht statt. Wir reden über alle möglichen juristischen Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, bis wir überhaupt irgendwas tun können. Also ehrlich gesagt, wir machen uns momentan das Leben selbst schwer. Und jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage. Nein, wir können es uns nicht leisten, einen zweiten Lockdown zu haben. Wir haben heute schon Schäden, die in irre Summen gehen, die aber vermeidbar gewesen wären. Erstens haben wir viel zu spät reagiert in Europa. Das war alles erkennbar. Und das sage ich jetzt nicht im Nachhinein. Ich habe diese Diskussionen, was ich vorhin angesprochen habe, bereits im März geführt. Wir haben wochenendenweise, nächteweise diskutiert mit verschiedensten politischen Partnern, um zu vermeiden, dass wir auch die Industrie herunterfahren. Das war Spitz auf Knopf. Wenn das passiert wäre, dann hätten wir heute ein ganz anderes Problem als das, was wir derzeit besichtigen. Aktuell haben wir eine Wirtschaftskrise, die im Wesentlichen den Dienstleistungssektor betrifft. Noch nicht den Investitionsgüterbereich. Aber wir haben vorhin im Vorfeld schon besprochen, je länger diese ganzen Geschichten hier dauern, umso kritischer wird es, dass es dann auch in den Investitionsgüterbereich überschwappt. Und wenn man die ganzen Studien der Ökonomen anschaut, es wird immer von dieser v-förmigen Erholung gesprochen. Am Anfang hatten wir die, die findet aber nicht mehr statt. Wir hatten diesen großen Einschnitt, wir hatten dann eine leichte Erholung und momentan haben wir eine seit Monaten wehrende Seitwärtsbewegung und zum Teil auch leichte Tendenzen wieder nach unten. Also die Gefahr, dass wir zurückfallen, weil eben der Investitionsgüterbereich in den nächsten Monaten noch stärker betroffen sein wird, der in der Vergangenheit gestützt wurde von Sonderkonjunktureffekten, die man auch begründen kann. Letztendlich haben die Leute aufgrund der Reisebeschränkungen viel Geld nicht ausgeben können. Sie konnten nicht auf Urlaub fahren, sie konnten sich kaum bewegen, haben Geld gespart und haben sich in dieser Situation Dinge gegönnt. Eben Investitionsgüter. Die haben in Autos investiert, sie haben in Kommunikationsinfrastruktur investiert, sie haben in Erneuerung in der Wohnung, in das Häusliche sich investiert. Das ist aber endend. Das ist keine unendliche Geschichte. Das heißt, diesen Sonderkonjunktureffekt, den wir die letzten Monate erlebt haben, der dem Investitionsgüterbereich geholfen hat, der wird irgendwann auslaufen und man sieht es bereits. Denn alle Prognosen, die wir heute sehen, gehen eher ins Negative. Die Prognosestimmung in den Unternehmen, in der Industrie ist eher negativ, gerade in den letzten Wochen. Die ökonomischen Kennziffern gehen eher leicht nach unten. Das heißt, der Erholungseffekt geht zurück. Wenn dann jetzt noch arbeitsmarktstützende Maßnahmen zu Ende gehen, im Januar die Kurzarbeitsmodelle und, 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 dann steht zu befürchten, dass wir dort in eine zweite, noch massivere Rezession fallen. Und im Vergleich zur Krise 2008, wo wir eine Investitionsgüterkrise hatten am Ende, wurden damals aber sehr viele Arbeitskräfte, die frei geworden sind, vom Dienstleistungssektor aufgefangen. Das wird diesmal nicht stattfinden, weil genau der Dienstleistungssektor der ist, der am schwersten betroffen ist. Das heißt, es steht zu befürchten, dass das, was aus den, aus der Investitionsgüterindustrie überbleibt, wirklich in die Arbeitslosigkeit geht. Ja, so jetzt gehen wir nach Hause mit diesem Ausblick, oder? Wir haben, glaube ich, noch einfach, Professor Deutz, Sie wollten, glaube ich, noch was sagen, oder? Oder nehmen wir die Frage? Ja, gerne, nur ganz kurz, weil ich auf der einen Seite es sehr frisch empfinde, dass Sie sagen, also wir sollen uns nicht nur mit der Aufarbeitung beschäftigen, sondern es ist wirklich frustrierend zu sehen, dass die Testkapazitäten nicht hergestellt sind. Ich kenne drei Beispiele in meinem direkten Umfeld und hier war es nicht mein erster Test, wo ich bei Reisen zuletzt Testangebote hatte, gratis wahrzunehmen, völlig reibungslos, also wirklich ohne Wartezeit, ohne alles an großen Flughäfen funktioniert hat, außerhalb Österreichs und auch gelaufen ist. Ein bisschen gedauert beim Ergebnis in Wien und auch in Graz kann es bis zu eine Woche jetzt noch immer dauern. Dass das im März nicht da war, verstehe ich noch halbwegs. Dass es jetzt nicht da ist, halte ich für ein Versagen. Aber dafür muss ich natürlich, so sehr ich das auch genau teile und mir denke, warum macht man nicht die Maßnahmen zielgerichtet? Ich bin nicht sicher, ob sich sozusagen die Kritik besser das statt Aufarbeitung ohnehin deckt mit dem, was man juristisch sagen kann. Nämlich, wenn zielgerichtet getestet würde und dann isoliert wird und diese Maßnahmen kommen, dann haben wir genau das, was eigentlich auch verfassungsrechtlich vermutet, wage ich mich jetzt einmal aufs Klartes des öffentlichen Rechts, nämlich die Angemessenheit und dann passt. Und dieses Versagen, egal sozusagen wie die Kommunikation noch schiefgelaufen ist, das werfe ich persönlich jedenfalls der Politik schon vor, weil dass wir heute noch immer zum Teil eine Woche warten auf Tests, das ist sozusagen Managementaufgabe der Politiker in der Krise. Also da hätte ich mir mehr Lieferungen gewünscht, auf die warten wir und die kann uns tatsächlich einen zweiten und dritten Lockdown bringen und den zahlen wir dann alle und sehr schwer. Ich glaube, es war ja noch eine, vielen Dank fürs Warten. Also ich muss mich auch den Herrn Gerstenmaier anschließen. Im Prinzip testen, testen, testen ist im Prinzip die Lösung und was ich jetzt nicht verstehe ist, warum die neuen Maßnahmen, Gesetze, soweit ich weiß, auch darauf keinerlei Rücksicht nehmen. Also ich denke jetzt zum Beispiel Gastronomie, die werden jetzt mit kürzeren Schließungen und so weiter immer mehr runtergekämpft, beziehungsweise in ihre Schranken gewiesen. Letztendlich wissen wir, es gibt schon ein Gastro-Sterben ohne Ende in Österreich. Wie ist es denn, so wie Romy Feist es uns sozusagen hier vorgezeigt hat, mit diesen Schnelltests? Wenn ich jetzt beispielsweise als Gastro-Betrieb nachweise, meine Gäste können sich 15 Minuten im Freien aufhalten, ich teste sie alle durch, lasse sie alle gesund herein. Gibt es diese Ausnahmebestimmungen jetzt konkret sozusagen zu Ihnen Richtung Verfassungsgerichtshof beziehungsweise zum Verfassungsrecht denn hier implementiert? Oder besser gesagt, wäre es nicht eine notwendige Maßnahme, derartige Maßnahmen zu beschränken derart? Man kann sich ja auch in der Schule nicht frei testen. Du kriegst, wenn du Kontaktperson 1 bist, gibt es die Quarantäne für die 10 Tage. Und wenn man sich testen, das Kind testen würde, und das wäre negativ, dürfte es trotzdem nicht in die Schule. Das passt da auch vielleicht ganz gut. Ja, ich habe ausgemacht mit dem Clemens, dass ich nichts sage zu Sachen, die noch kommen an den Verfassungsmaßnahmen. Das wird ja vielleicht noch herangetragen werden. Und ich kann daher, aber wir sind ja 14 Richter, wie Sie wissen, und was ich sage, ist irrelevant in dem Zusammenhang. Aber natürlich ist das für die Frage der Angemessenheit einer Maßnahme immer relevant zu prüfen. Gibt es ein gelinderes Mittel? Gibt es eine gelindere Form, das gleiche Ziel zu erreichen? Und ich nehme an, dass wir uns einer Meinung machen, wenn es das gibt und wenn das machbar und verfügbar ist, dann ist das natürlich eine absolut sehr, sehr berechtigte Frage, ob ich sage, kann ich die Maßnahme in dieser Allgemeinheit verordnen und muss ich nicht sozusagen eine Tür öffnen für jemanden, der sagt, aber wenn ich so mache, dann darf ich wieder bis um ein Uhr aufsperren oder so. Wirklich eine gute Frage in dem Zusammenhang. Und auch noch zu Ihnen, natürlich, das ist ja genau der Punkt, wenn ich Maßnahmen treffe, die dort ansetzen, wo das Problem wirklich ist, dann habe ich verfassungsrechtlich generell einmal kein Problem, außer die Maßnahme ist immer noch überzogen. Aber wenn ich das ganze Land zusperre, wenn ich Maßnahmen treffe, die extrem freiheitseinschränkend sind und da geht es ja nicht nur um unsere persönliche Freiheit, ob wir uns bis um eins oder bis um vier in der Disco treffen können, sondern es geht ja um massive wirtschaftliche Interessen und ganze Sektoren. Und wir sind ein Dienstleistungsland und jetzt haben Sie es offenbar geschafft oder wer immer es geschafft, die Industrie da draußen zu halten bei diesen Lockdowns. Aber der ganze Dienstleistungssektor ist voll hineingefallen und wird vielleicht auch bei künftigen Maßnahmen hineinfallen. Und ich glaube, das ist letal. Und ich wollte noch was, Ulla, zur Schule wollte ich noch was sagen. Also ich kann da jetzt zu den konkreten Regelungen nichts sagen, weil das ist noch anhängig. Da werden wir uns im Dezember damit beschäftigen. Aber eins muss man schon sagen, der Grundrechtseingriff durch diese Maßnahmen in der Schule mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus beim Unterricht etc. Jetzt kann man sagen, ja, aus der Schülerperspektive bleibt er halt zu Hause. Aber die ganzen Mütter, und es sind leider, leider, leider immer noch hauptsächlich die Mütter, auch wenn es Väter gibt, wie man sich weiß, die mit ihren Kindern lernen. Ja, ich bin nicht zu Hause. Aber genau, die sind nicht zu Hause. Also was das auf dem Arbeitsmarkt heißt, auch für die Frauen, wie weit die Frauen wieder zurückgeworfen werden. Also ich habe konkrete Beispiele, wo Leute die Karenzen verlängern, wo Elternteilzeitvereinbarungen zurückgefahren werden von 5 oder 30 Stunden auf 15 Stunden, weil die Leute, das ist nicht möglich, du kannst nicht gleichzeitig die Kinder zu Hause betreuen, auch wenn du Homeoffice hast. Das ist nicht machbar. Und wir lagern hier, also das sind Probleme, die riesig sind. Und was mir auch auffällt und wirklich wahnsinnig auf die Nerven geht, ist, dass ein Spalt durch das Land geht zwischen den besonders geschützten Arbeitsbereichen und denen, die eh schon immer wenig Schutz gehabt haben. Und wenn man jetzt schaut, alle Lehrer über 60 sind dienstfreigestellt, bitte. Egal, wie pumperlgesund die sind und ob die golfen gehen oder... Die sind pumperlgesund, die sind alle seit März dienstfreigestellt. Und ich meine, das muss man sich ja mal unter Gleichheitsaspekten auch überlegen, was heißt das. Das heißt, die sind alle weg. Die Schule hat noch mehr Probleme, den Schulablauf zu organisieren, soll aber natürlich mehr Maßnahmen treffen. Also die, die dann da sind, haben es natürlich noch schwerer, das alles zu organisieren. Und überall dort oder dort, wo kündigungsgeschützte Menschen sind, die sagen, ich bleibe sowieso nur mit dem Homeoffice, weil es ist ja urgefährlich, dass ich mich, ich kann ja nicht mit der U-Bahn irgendwo hinfahren. Ja, die Bühler-Kassiererin kann seit März nicht überlegen, ob sie mit der U-Bahn irgendwo hinfährt. Die lässt sich weiterhin stundenlang aus dem Südburengland nach Wien fahren um fünf Minuten vor und macht dort ihre Arbeit. Und wir müssen wirklich aufpassen, glaube ich, auch, dass diese Krise nicht zu einer sozialen Krise wird und da die Unterschiede sozusagen noch eklatanter werden und vor allem auch die Frauen sozusagen wieder doppelt draufzahlen. Ja, na, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz richtig. Wir haben noch Fragen gehabt, oder? Bitte nur zulässige Frage. Die Frage, wie wird der Verfassungssystem entscheiden, ist nicht zugelassen. Alles andere schon. Also ich frage nur nach einer Meinung. Nein, aber vielleicht eine etwas mehr zukunftsgerichtete Frage. Man kann jetzt durchaus der Meinung sein, dass wenn ein Impfstoff kommt im März, April oder was auch immer, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen wollen mit einem Impfstoff, der gerade im Anälen ja entwickelt wird. Das ist einfach so und es gibt meiner Erfahrung Ärzte, die völlig, völlig unterschiedlich drüber nachdenken und unterschiedliche Ansichten haben. Da gibt es welche, die sagen, never ever impfen lassen mit so einem Zeug und andere sagen, ihr müsst es. Aber ich gehe mal davon aus, dass eine Impfpflicht nicht möglich ist in Österreich. Jetzt würde man als Regierender auf die Idee kommen zu sagen, na gut, ich kann euch das nicht, ich kann das nicht anordnen, aber ich kann euch so viele Steine in den Weg legen, dass ihr es eben doch machen müsst. Also ihr dürft in kein Pfleger mehr hineinsteigen, wenn ihr nicht geimpft seid. Ihr dürft in kein öffentliches Verkehrsmittel mehr einsteigen, wenn ihr nicht geimpft seid. Ihr dürft vielleicht, ich weiß nicht, in keine Theaterveranstaltung, in kein Kino oder sonst irgendwo gehen. Und ganz ehrlich, das ist absehbar irgendwie, dass das kommen könnte. Und da würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren, Frau Prof. Böschl und auch Frau Dr. Galeitner. Wie würden Sie das in einem ersten Bauchempfinden sehen aus Sicht der österreichischen Verfassung? Also wenn man sich dazu entschließt, politisch keine Impfpflicht vorzusehen, dann aber Regelungen erlässt, die letztlich auf eine Impfpflicht hinauslaufen, so wie Sie das schildern, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Impfpflicht verfassungskonform wäre oder nicht. Weil es läuft auf dasselbe hinaus und ist dann materiell gleich zu beurteilen. Ob die Impfpflicht verfassungskonform ist oder nicht, ist eine Frage, die nicht ganz eindeutig zu beantworten ist. Es ist jedenfalls ein massiver Eingriff in die Grundrechte, das ist klar, weil es ist wie der Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention, es ist eine Intervention in die körperliche Integrität und es gibt sehr viele Vorbehalte dagegen. Es wäre sicher auch in Anschlag zu bringen, wie sicher ist denn diese Impfung, wie gut ist denn die schon durchgetestet, welche Nebenwirkungen sind dabei zu befürchten und das wäre dann sozusagen gegenüberzustellen dem öffentlichen Interesse daran, dass wir sozusagen diese Krankheit beseitigen. Das ist dann eine Güterabwägung, da gibt es einen gewissen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers unter der nachprüfenden Kontrolle des Verfassungsgerichtshofs. Aber wenn bei dieser Prüfung rauskommt, dass eine Impfpflicht verfassungswidrig ist, dann sind es solche Umgehungsversuche ganz sicher auch. Das ist klar. Und wenn ich gerade noch eine Bemerkung zuvor hin sagen darf, alles was Ihnen Ihr sozusagen nicht juristischer Hausverstand eingibt und alles was da jetzt Empörung erregt hat, das ist in die Verfassung eingespeist. Das ist immer die Frage nach dem gelindesten Mittel. Also die Verfassung verlangt von der Politik, dass sie dieses Problem mit Mitteln beseitigt, die unsere Freiheit schonen und zwar so gut es geht. Also alles was Sie da sozusagen ärgert, ist auch eine Verfassungsfrage. Das ist nicht nur ein Glas-Sperrlein-Spiel, was wir da machen. Der Volksmund spricht von der Eleganz der Verfassung, oder? Der Bundespräsident spricht dem Volk aus dem Munde. So, wen haben wir noch, bitte? Dort haben wir ein Mikrofon. Achso, war zuerst, Entschuldigung. Achso. Ist nicht so tragisch. Ich wollte nur Anmerkungen machen zum Thema Angemessenheit. Herr Gerstenmaier, wir haben sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben drei Werke in Singapur mit 6.000 Leuten. Die Regierung hat dort ganz selbstverständlich gesagt, wenn es einen Corona-Fall gibt, dann seid ihr zu. Punkt. Und da war es auch keine Diskussion, Bewegungsprofile anzulegen, den Mitarbeitern genau zu sagen, wo es los ist. Das war dort angemessen. Und wir haben auf den Philippinen Entertainment-Dinge im Betriebsgelände gemacht und haben mit den Leuten dort vereinbart, dass sie im 14-Tages-Rhythmus wechseln. Die sind 14 Tage nicht nach Hause gekommen. Das war möglich und es haben alle mitgezogen dabei. Das heißt, mir erscheint schon, dass das Thema Angemessenheit bei uns mit einer, wie soll ich sagen, ein bisschen einer Empörungskultur verbunden ist, wo man sehr schnell zu einer Unangemessenheit von Maßnahmen kommt, wo man manchmal auch die Individuen unterschätzt. Also ich muss sagen, wir haben diese Erfahrungen jetzt nicht nur im Ausland, aber was hier manchmal unter dem Thema Angemessenheit diskutiert wird, ist doch eher überraschend. Sehen Sie das auch so? Es ist immer die Frage der Perspektive. Wenn man sozusagen China vor Augen hat, ja. Warte, wir müssen da die Reihenfolge strikt einhalten. Wer ist jetzt dran? Achso, Entschuldigung. Auch das Thema Angemessenheit. Ich meine, wir erschrecken, reden zu Beginn der Krise, aber auch erst vor zwei Tagen die Budgetrede. Ich meine, am Anfang sagen wir, koste es, was es wolle. Jetzt sagen wir, 21 Milliarden Verschuldung können wir uns leisten. Ich meine, dass dort nicht eine Diskussion anhebt. Ich meine, wir verlagern hier Verschuldungsgrade einer Nation auf Generationen. Und so leichtfertig, das können wir uns leisten. Wer soll es sich denn leisten am Ende des Tages? Wir sicher nicht mehr. Das muss irgendwer erarbeiten, das Ganze. Aber das ist angemessen. Also diesen Schaden können wir verursachen aufgrund von, ich sage jetzt zum Teil auch Versäumnissen. Das ist ja auch eine Frage der Angemessenheit, den ja nicht die Regierung trägt, den trägt ja die Bevölkerung am Ende des Tages und die Generationen. Also sollte man vielleicht in den Begriff Angemessenheit auch mal mit aufnehmen, diese Betragung. Ja, natürlich. Und ist es angemessen, relativ pauschal Steuerstundungen, Sozialversicherungsstundungen zu gewähren, Kurzarbeit zu gewähren, massive finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen oder auch durch rechtliche Maßnahmen, Insolvenzantragspflichten auszusetzen oder aufzuschieben. Das hat ja alles massive Kostenauswirkungen und wird sehr gießkannenmäßig und differenziert vorgenommen. Aber das wird man dann auch sehen. Aber ich muss, glaube ich, jetzt die Redner einteilen. Entschuldigung, wer ist da? Nein, ergänzend jetzt noch dazu, das wird sich natürlich massiv auswirken auf die gesunden Unternehmer, nicht? Wenn ich die Kranken weiterhin so stütze, wird das nicht zum Vorteil der schon Gesunden sein. Aber das, wie gesagt, da können wir wahrscheinlich leider alle jetzt nur zuschauen. Ich wollte eine ganz banale Frage stellen für uns Anwälte. Können wir davon ausgehen, bei weiteren Lockdowns, dass wir wieder trotzdem ausgenommen sein werden? Die Anwaltskammer hat mir das noch nicht irgendwie eine Meinung dazu geäußert, ob wir wieder als im Dienst der Rechtspflege auch hinausgehen dürfen. Also jetzt arbeiten nämlich. Genau, irgendwer muss die Beschwerden machen. Fragen wir den Nationalrat und fragen wir das Gesundheitsministerium, oder? Wie das dann sein wird. Ich glaube, es gibt noch keine Indikation, aber ich würde sagen, es spricht doch vieles dafür, dass sich das nicht so stark ändern wird. Aber man wird sehen. Außer es weiß hier irgendwer. Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Entschuldigung. Ich würde einfach nochmal gerne anregen. Jetzt haben wir so viel in Grau in Grau gemalt. Ich meine, es gibt ja durchaus auch Methoden, wie wir aus dem ganzen Schlamassel wieder rauskommen können. Und es gibt auch durchaus Handlungsfelder, wo man überlegen kann, wie reparieren wir denn das Ganze jetzt möglichst schnell? Also ich glaube, von der politischen Seite her kann es nur sein, man muss sich zurückziehen auf das, dass man die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, dass das Land wieder erfolgreich wirtschaften kann. Auch international, im europäischen Kontext. Heißt, wir müssen dringend geeignete Maßnahmen, wie vorhin diskutiert, ergreifen, dass die Menschen geregelt ihrer Arbeit nachgehen können, dass wir wieder international reisen können. Und dass wir wieder unsere Geschäfte betreiben können. Ich glaube, an sich wäre das nicht so schwer. Und es gibt genug internationale Beispiele und Länder, in denen das genau so geht. Wir brauchen nur, ich weiß schon, wir diskutieren unter Demokratiegesichtspunkten immer über China. Nichtsdestotrotz, die Maßnahmen greifen dort und die Wirtschaft erholt sich in China. Wir haben dort dieses Jahr zwar einen Rückgang des BIPs, aber letztendlich sind die nach wie vor in einem Wachstumsszenario von zwei bis drei Prozent. Wohingegen Österreich irgendwo bei zwischen sieben und acht Prozent negativ laufen wird. Europa ähnliche Größenordnungen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir das Ganze wieder in Schwung kriegen. Von der Unternehmensseite her brauchen wir diese Rahmenbedingungen am Ende. Was können wir tun? Wir können natürlich unsere, erst einmal durch die Krise navigieren. Wir nennen das immer auf Sicht fahren, also möglichst kurzfristig agil reagieren. Aber mittelfristig auch dort, wenn wir die Rahmenbedingungen haben, entsprechend in die Zukunft schauen, in die Zukunft zu investieren. Und es gibt genug Studien, welche Unternehmen sind am erfolgreichsten in Krisensituationen, die die Innovation betreiben, die auch innovationsbasierende Geschäftsmodelle haben. Die wachsen zwei bis dreimal schneller als andere Unternehmen und sind auch resilienter gegenüber Krisenszenarien. Aber dazu brauchen wir diese stabilen Rahmenbedingungen. Also dieses Zusammenspiel, politisches Umfeld, Reisemöglichkeit, stabile Regelungen, würden es uns schon relativ schnell ermöglichen, wieder Fahrt aufzunehmen und am Ende natürlich für Beschäftigung und Wachstum zu sorgen. Und ich denke, das ist das einzige Rezept, wie wir aus dem Schlamassel da jetzt wieder rauskommen. Ja, ich glaube ja auch. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr wichtiger und positiver Ausblick. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, hier. Ich hätte eine Frage, weil vorher möchte ich noch sagen, dass der Angemessenheitsbegriff auf den Philippinen, in China, in Singapur ein anderer ist. Da haben wir noch Todesstrafe, da haben wir Stockschläge. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Aber ich hätte eine Frage. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, schützenswerte Teile der Bevölkerung, Ältere, sagen wir nicht einzusperren, aber halt hier Einschränkungen vorzuschreiben, wie stehen Sie da dazu? Das ist natürlich auch ein Einschnitt in individuelle Rechte. Aber ob das angemessen sein könnte und dass man dann in dem Bereich etwas tun könnte? Geht die Frage zu mir? Ich fürchte. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die ist schwer, die ist sehr schwer, die Frage, weil sie natürlich einen Teil der Bevölkerung sozusagen dem fast die persönliche Freiheit entziehen, damit ein großer Teil der Bevölkerung einigermaßen weiterleben kann. Also man kann das als Altersdiskriminierung oder als Diskriminierung aufgrund von körperlichen Gebrechen interpretieren und dann problematisch sehen. Es ist aber schon klar, dass die Regelungen jetzt, die der gesamten Bevölkerung im Interesse einer relativ kleinen Gruppe sehr große Lasten aufbürden, auch nicht unproblematisch ist. Die Frage ist in Deutschland diskutiert worden, ganz am Anfang der Krise. Aber soweit ich wahrnehme, hat noch keine westliche Demokratie sozusagen erwogen, diesen Weg ganz ernsthaft zu gehen. Ja, die Frage ist, ist das überhaupt notwendig mit dem vorhin diskutierten? Ja, wenn es die gelinderen Mittel gibt. Wir müssen die präventiven richtigen Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, dass das grundsätzlich, wenn man es richtig macht, nicht notwendig ist. Aber deshalb ist es am Anfang der Krise diskutiert worden, wo diese ganzen Testkapazitäten noch nicht da waren. Ob man nicht sozusagen die besonders gefährdeten Gruppen, so habe ich die Frage jetzt verstanden, sozusagen aus dem Spiel nehmen kann. Aber wirklich getan hat man es damals auch nicht. Jetzt ist es, wenn man ein besseres Management hätte, wohl nicht nötig. So, ich glaube, jetzt müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Vielleicht gibt es noch eine oder andere Frage, die könnte man noch stellen. Nicht mehr. Wenn das Mittagessen winkt, dann die Frage, Lust, ein Ende. Bitte. Ich finde diese Idee der Prävention ganz, ganz gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir tatsächlich mit unserem Gesundheitssystem heute in der Lage sind, das tatsächlich so umzusetzen. Weil Business Circle hat sozusagen das da ganz hervorragend gemacht. Aber dass ich jetzt in jedes Gasthaus so ein Test-Team versenden kann, das wird nicht funktionieren. Ich denke auch, dass das gar nicht notwendig ist. Die Frage ist, wie schaffen wir ein flächendeckendes Netz? Das hat natürlich, und da kommen wir jetzt wieder in die juristische Seite hinein, das Thema Nachverfolgung von Bewegungsprofilen wäre wichtig. Und dann eben bei Auftreten von entsprechenden Fällen diese Hotspots letztendlich möglichst schnell abzutesten. Das zeigt uns aber die internationale Praxis. So funktioniert es. Und es wurde vorhin gesagt, mit der Impfung. Ich persönlich erstens glaube ich nicht, dass wir relativ zeitnah eine ausreichend nachgewiesene Impfung haben. Und wir werden einfach lernen müssen, mit der Situation zu leben. Und diese Hypes, die wir heute haben, meiner Meinung nach ist das auch zum Teil ein Kommunikationshype einer Regierung, die sich hinstellt und möglichst viel Panik verbreitet. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, weil mit sachlicher Argumentation hat vieles nichts mehr zu tun. Sondern wir müssen überlegen, was sind die Maßnahmen, die notwendig sind und die hilfreich und wirksam sind, um die Situation zu managen. Und da kann es nicht sein, dass man permanent ein ganzes Land niederfährt, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, was sind wirksame Maßnahmen, die müssen ergriffen werden. Ende. Ja, sehr gut. Ich glaube, das wäre schon ein gutes Schlusswort. Außer es fühlt sich jemand noch ganz, ganz dringend bemüßigt, eine Frage zu stellen. Aber Sie sehen an meiner Frage jetzt, das meine ich nicht ernst. Daher vielen, vielen Dank. Danke an die Podiumsgäste. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, Romy, du kommst noch kurz. War das dein Schlusswort? Das war mein Schlusswort. Ich darf mich ganz persönlich bedanken bei allen Teilnehmern, bei allen Vortragenden, bei meinen Podiumsgästen, aber ganz besonders auch bei dir, Romy, für diese wirklich tolle Rust. Ich finde, die Stimmung war ganz großartig und es ist auch, wie gesagt, ich habe schon eingangs gesagt, es ist wahnsinnig mutig, dass du das gemacht hast und der Erfolg gibt dir recht. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Clemens, für die fachliche Leitung, die du wie immer souverän geleitet hast. Und ich glaube, wir haben ein tolles Themenpotpourri gehabt, weil auch wenn es eine ganz andere Rust als üblich war, fachlich, inhaltlich hat sich diese Rust, glaube ich, voll und ganz eingereiht in das Niveau der Vorjahre. Ja, organisatorisch war es ganz anders und ich möchte vielleicht noch einen Satz zu sagen zum Testen, weil Testen, 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 wir haben das gemacht und ich glaube, wir hatten auch einen guten Erfolg damit. Aber wir hätten noch ganz viele Leute mehr testen können, wenn die Unternehmen, ich nehme an, AT&S gehört nicht dazu, die Leute nicht in den Homeoffices einsperrt und sozusagen eine Ausgangssperre in betrieblicher Hinsicht macht. Und vielleicht einfach ein Appell in die Unternehmen hinein, euch betrifft es nicht, ihr seid da, aber das ist unser größtes Problem, dass alle oder sehr, sehr viele Unternehmen eigentlich keine Besuche zulassen in jeglichen Veranstaltungen. Wir testen alles durch, solange man uns die Leute auch schickt. So, das war noch ein Appell dazu. Ich möchte mich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass die Rust so gut verlaufen ist und auch, wie du sagst, mit bester Stimmung. Wir haben gestern das erste Mal eine Rust-Sitzparty gehabt am Abend, war auch sehr fein, finde ich. Ja, allen Sprechern vielen Dank. Wir haben eine großartige Dokumentation zusammenbekommen, die smart ist, digital und analog. Ich glaube, dass das wirklich ein Nachschlagewerk ist, das einen Platz in der Bibliothek verdient. Danke nochmals an Fakultas, die das ermöglicht haben. Danke, Herr Wittmann. In diesem Sinne schließe ich die Rust 2020. Back to normal mit fünf Rufezeichen würde ich gerne sagen. Back to normal zu Rust 2021. Ich hoffe sehr, dass ich auf euch zählen darf, euch alle wieder begrüßen darf und noch viele, viele mehr, damit die Halle nächstes Jahr zum Persten voll ist. In diesem Sinne bleibt vor allem gesund. Viel Erfolg für diese spannenden und herausfordernden Zeiten, die da alle, die da auf uns zukommen. Nicht nur für die Dienstleister, sondern auch für die Industrie und auch für die Verwaltung und für die Gerichte. Dankeschön fürs Dasein. Danke.